Getreide richtig lagern und belüften. Auf diesem Gebiet bietet Schmelzer hochinnovative Produkte. Eine Vielzahl von Patenten und Gebrauchsmustern dokumentiert die ständige Neu- und Weiterentwicklung von Komponenten, die dem Anwender enorme Vorteile hinsichtlich Qualitätserhaltung seiner eingelagerten Ernte bieten. Mehr als 200.000 Meter Rohr verlassen jährlich unseren Betrieb und kommen im Agrarbereich und in der Industrie zum Einsatz. Eine hochautomatisierte Rohrfertigung gewährleistet marktgerechte Preise, hohe Qualität und schnelle Liefermöglichkeiten. Mit Rohrlängen bis 12 Metern in einem Stück ist unser Helix-Rohrsystem einzigartig am Markt. Außerdem zeichnet es sich durch geringsten Verschleiß und geringe Rundheitstoleranzen aus. Alle dazugehörigen Formteile und Verbindungsstücke sind ab Lager lieferbar. Eine verzinkte Ausführung sämtlicher Komponenten ist für uns Standard. Dies bedeutet, dass die Qualität auch längere Transporte und Montagen ohne Einbußen standhält. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Produkten für die Belüftungs- und Trocknungstechnik. Von Überflur-Halbrundkanälen bis zur Unterflurbelüftung. Vom Teleskoprohr bis hin zum Airpillar. All diese Produkte bieten für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Für die Getreidelagerung wurden durch Schmelzer mehrere Varianten entwickelt, um für jeden Lagerraum die optimale Ausnutzung zu garantieren. Befahrbare Dammwand-Siloanlagen bis 7,5 Meter Höhe, hochflexible und montagefreundliche Modulwände oder absolut kostengünstige Viereckzellen. Für jeden Bedarf und jede Größe kann das Lagerkonzept auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten werden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird die Zielsetzung besprochen, Ideen geprüft und danach die optimale Lösung gefunden. Diese wird dann wirtschaftlich und in höchster Qualität umgesetzt. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how. Wir finden eine passende Lösung für Ihr Projekt. Schmelzer. Wir meistern Metall.